Das ist ja noch nicht mal ein richtiges Rätsel hier. Ich stelle mich halt immer sehr dumm an. Okay. Okay, dann können wir uns den Pau-Block jetzt mitnehmen. Kann man mit den Pau-Blöcken eigentlich durch die Tür gehen? Ich weiß es gar nicht. So. Oh, toll. Ein Herz, welches ich es nicht brauche. Ach, komm, jetzt. Schnell drunter durch. So, was jetzt? Oh, ihr könnt da ruhig rumhopsen. Dich nehme ich mit. Hm. Ah, okay. Okay. Nice. Nice. Richtig nice. Oh, kleine Igelchen. Was mir das jetzt auch immer bringt, ne? Ach, Ficken. Na, vielleicht ist hier noch irgendwie ein Pilzchen oder so. Natürlich. Da, wo ich nicht drankomme. Na gut. Hier müssen wir wieder hoch, ne? Ja, und dann haben wir da eine Tür. Die wir schnell reingehen. Okay, Boss-Theme. Mhm. Ah, guten Tag. Oh, Ficken. Fuck. Oh, Mistkerl. So, erstes Mal getroffen. Komm, schieß. Los. Zweite Mal getroffen. Ich verstehe diese Dinger noch nicht. So, komm, mach auf. Puh. Ach, komm, ey. Ich hab nur noch ein Leben. Mein Jo. Okay. Jetzt gehen wir wieder von der Unterwelt nach oben. Und sind jetzt wieder an einer fröhlichen Welt. Der Wichser will nicht in die fucking Tür rein, Mann. Schlimm ist es. So, ihr sterbt erst mal alle. Kann ich hier weiter? Okay. Ich hab mich schon gewundert. Okay, gehen wir halt hier rein. Äh. Ein Powerblock. Verbasel ich hier direkt. Boah! Die explodieren ja direkt. Heftigst. Eine Shell. Der ist einfach drüber gesprungen. Na toll. Äh. Ihr bleibt da. Dann schmal ich nämlich hier mal den netten Block hin. Seid ihr nämlich mal weg. Und geh mal hier in die Tür. Weil das andere wäre ja zu einfach. Äh. Was seid ihr denn? Achso, man kann ja... Ach, ich verpeile das immer, dass man halt durchspringen kann. Eine weitere Tür. Ah, okay. Hm. Gut. Oh. Ah, weil ich zu schnell war. Ah, sehr schön. Ich würde mich zu schnell machen. Mhm. Ja. Fuck you! Meine Fresse, ist das ein Gülle-Level. Oh, ich muss jetzt in 3-1 anfangen, ne? Oh, meine Fresse, ey! Ruck, meine eine Abwehr! Ah, ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Wah. Was ist das denn? Erstmal den Pilz holen. Jetzt nehme ich schon mal mit. Jetzt lasse ich mal alles hier oben stehen, damit ich den gleich kaputt machen kann. Mit seiner scheiß Rumwerferei da, ne? Okay, hoch kam ich nicht mehr. Hier war aber sonst nix mehr, oder? Ne, ich mein, hier wär nix mehr gewählt. Oh, eine Uhr! War die schon immer, oder? Oh. Gut. Ach, der hier war das ja. Genau. Oh. Man, das geht immer so tierisch aufs Ei, dass man dann, währenddessen das Spiel auf sich selbst nicht klarkommt bei dem Aufheben. dass man dann getroffen werden kann, ne? Ach ja. Warum? Ich versteh's nicht. Weil da ne Kirsche mit bei ist, oder was? Yay! Das ist... Das versteh ich, warum ich da jetzt ein One-Up bekomme. Nice! Oh! Ich darf, glaub ich, einfach nur nicht hingucken, wenn ich da drücke. Boah, total vergessen, ey. Ja, ja. Ja, ja. Bäh. Ja, genau. Lauf mal in der Wiese weiter. So. Ei, 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 ei. Ach, komm jetzt! Kletter mal da hoch, ey. Nur weil du da an die Wand kommst, oder was? Komm, mach bumm. Nicht. Nicht. Dein. Ernst. Oh, Mann. Das ist so nervig, ey. Ach, komm ich da... Ne, ne? Oh, Mann. Jetzt muss ich hier wieder hoch... ...den ganzen Rotzen nochmal machen. Warum? 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 Oh, Mann. Das ist so dumm. Ich weiß nicht, der Turtle macht irgendwelche... Ich weiß nicht, der Turtle macht irgendwelche... ...komische Geräusche. So. Okay. Jetzt aber. Weh, der bringt jetzt nichts. Ach, ja. Was? Warum bin ich denn da jetzt gestorben? Willst du mich verarschen? Boah, ey. Geht mir das Spiel gerade auf den Sack. Geht.